Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mit diesem Video sende ich euch einen kleinen Vorfrühersgruß. In diesem Video stelle ich euch die ersten zehn Wildpflanzen vor, die mir bei einem kürzlichen Waldspaziergang begegnet sind. Es sind zehn Wildpflanzen, die ich euch kurz in diesem Video zeige und dazu gibt es auch eine kleine Information. Das ist ja fast schon Tradition auf meinem Kanal, dass ich jedes Jahr im Frühjahr ein paar Wildkräutervideos hochlade. Ich möchte euch mit diesem Video auch motivieren, raus in die Natur zu gehen und mal die Augen aufzuhalten, was euch da an kostbarem Wildgrün begegnet. Hier seht ihr den Bärlauch. Der Bärlauch gehört mit zu den ersten Frühjahrspflanzen und das ist so schön, wenn man durch den Wald geht und sieht dieses schöne, frische Grün im Frühjahr. Der Bärlauch hat langstielige, grüne Blätter. Zu einer Pflanze gehört ein dreikantiger Stängel, der dann mit geschlossener Blüte emporwächst. Das Typische für den Bärlauch ist der knoblauchartige Geruch und Geschmack. Der Bärlauch ist eine wunderbare Frühjahrspflanze. Es versorgt uns mit viel Vitamin C, ist schleimlösend, blutreinigend, antibakteriell und entzündungshemmend. Allerdings kann der Bärlauch mit der Herbstzeitlosen oder mit dem Maiglöckchen verwechselt werden. Wenn ihr wissen möchtet, wie man das genau unterscheiden kann, dann schaut gern mein Video dazu, was ich letztes Jahr veröffentlicht habe. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Noch eine ganz frühe Wildpflanze im Frühjahr bzw. im Vorfrühjahr, das ist das Schaboxkraut. Neben dem Bärlauch ist es mit die erste frische, grüne Pflanze, die man so im Wald finden kann. Gerade nach einem langen und kalten Winter. Die gestielten Blätter sind herz- bis nierenförmig. Diese Wildpflanze sollte man nur bis zur Blüte essen, weil dann diese Wildpflanze ein schwachgiftiges Alkaloid einlagert, was die Schleimhäute von Magen und Darm reizen kann. Die Vogelmiere gehört mit zu meinen Lieblingswildkräutern. Das ist eine sehr zarte, zierliche Pflanze und die Blätter, die sind eiförmig und von spitz zulaufend. Die Vogelmiere bildet kleine, weiße Blüten und oft kommen sie in größeren Mengen vor. Es sieht manchmal so aus, als ob die Stängel fast parallel zum Boden liegen. Die Vogelmiere ist auch ein wunderbares Einsteigergrün für Interessierte an Wildpflanzen und auch für Kinder sehr gut geeignet. Die Vogelmiere schmeckt zart bzw. leicht nach Mais und Erbsen. Das ist die Taubnessel. Sie ähnelt der Brennnessel, allerdings weist sie keine Brennhaare auf. Sie hat vorn spitz zulaufende Blätter und der Rand ist stark gezähnt. Die Stängel sind vierkantig und leicht behaart. Die Taubnessel gehört zu den Lippenblütlern und bildet Lippenblüten aus. Die kann man dann auch gut an ihrer Form erkennen. Bei der Taubnessel gibt es zum Beispiel die gefleckte Taubnessel mit rosafarbenen Blüten. Dann gibt es die goldene Taubnessel mit gelben Blüten. Es gibt auch weiße Taubnesseln oder rote Taubnesseln. Diese kleinen Pflänzchen, die ihr hier seht, gehören zu einer der ältesten Heilpflanzen der Erde. Das sind kleine Scharfgarbenpflänzchen. Die haben zarte, fein gefiederte Blätter. Die Blätter bestehen aus einem Mittelstrang, von denen kleine gefiederte Abzweige abgehen. Die Scharfgarbe hat einen muskartartigen Geschmack und ist sehr gut zum Wurzen geeignet. Das ist die Brennnessel. Die Brennnessel ist eine alte Gemüsepflanze und typisch für diese Wildpflanze sind ihre Nesselhaare. Die Brennnessel gehört mir zu den wertvollsten Wildpflanzen in unserer Region und ich bezeichne sie auch gerne als Superfood. Sie ist sehr nährstoffreich und enthält hochwertiges pflanzliches Eiweiß. Wenn ihr wissen möchtet, auf welche Art und Weise wir Brennnesseln roh essen können, dann verlinke ich dazu mein Video. Schaut da gerne mal rein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir Brennnesseln roh essen können. Zwei davon auch, wie wir direkt von der Pflanze naschen können. Das Hirbenteschel ist eher eine unauffällige Pflanze. Sie bildet am Grund eine Blattrosette und aus dieser wächst ein langer Stiel und darauf bilden sich wieder kleine weiße Blüten. Das Hirbenteschel hat einen sehr angenehmen Geschmack, schmeckt leicht krässartig und leicht nussig. Das ist der Löwenzahn. Sein typisches Merkmal ist noch nicht erkennbar. Das ist die schön leuchtend gelbe Blüte, die man dann später im März oder April bewundern und dann auch essen kann. Typisch für den Löwenzahn sind die länglichen, gezackten Blätter. Die wachsen in Rosettenform aus dem Boden. Und in der Mitte daraus wächst dann ein hoher Stängel, auf dem dann später die typischen gelbleuchtenden Blüten spriesen. Der Löwenzahn enthält wertvolle Bitterstoffe, gerade im Frühjahr sehr gut für eine Entgiftungspur geeignet. Wenn ihr mehr über den Löwenzahn wissen möchtet, ich verlinke euch oben in den Infokarten mein Video dazu. Das was ihr hier seht ist der Gundermann. Früher wurde diese Wildpflanze aller Weltspflanze genannt, weil sie zum Heilen, zum Würzen und für die Ernährung verwendet wurde. Der Gundermann hat nierenförmige Blätter mit eingekehrtem Rand und die Blätter sind kreuzgegenständig angeordnet. Der Gundermann tritt meist in größeren Mengen auf und bedeckt dann schön großflächig den Boden. Der Gundermann gehört auch zu den Lippenblütlern und bildet lila Blüten aus. Die können auch mitgegessen oder als Deko verwendet werden. Das ist das Gänseblümchen. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Pflanze Europas. Von dem Gänseblümchen könnt ihr die Blüten und den Stiel und auch die Blätter am Boden mitessen. Die jungen Gänseblümchen schmecken noch ganz mild, die älteren Gänseblümchen schmecken dann herber. Die Gänseblümchen schließen ihre Blüten am Abend und öffnen diese wieder am Morgen. Ist der Tag allerdings verregnet, dann lassen sie ihre Blüten verschlossen. Auf meinem Kanal gibt es auch eine Playlist. Da findet ihr ganz viele Wildpflanzen-Videos, wo ich verschiedene Wildkräuter und Baumblätter vorstelle. Ich verlinke euch die Playlist oben in den Infokarten bzw. findet ihr den Link auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. In meinem E-Book Gesundgrün Essen findet ihr auch ein großes Kapitel, welches ich den Wildpflanzen gewidmet habe. Da habe ich über 60 Wildkräuter und Baumblätter vorgestellt. Wenn ihr euch für dieses E-Book interessiert, ihr findet es unter diesem Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, ihr konntet Inspirierendes aus diesem Video mitnehmen. Ich möchte euch nochmal ans Herz legen. Geht raus in die Natur, bewegt euch, geht an die frische Luft, holt euch ein bisschen noch Normalität. Weg von den Innenstädten, weg von den Einkaufszentren. Geht raus in die Natur, macht lange Spaziergänge und schaut, welches kostbare Grün ihr bei euch in der Region finden könnt. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.